Mit Mikrowelle! Mit Mikrowelle! Mit Mikrowelle! Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Martin. Heute ist der große Tag. Heute machen wir Microwave-Fit. Also ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Also jetzt mal kurz zur Erklärung. Ich habe mir so gedacht, ja passt, ich sehe das GoPro-Case so daheim. Ich nehme es mit. Dann schaue ich jetzt dran. Sie fragen, wie du bist. Du musst nur sagen, dass du okay bist. Wenn du nicht wirklich okay bist, dann kannst du es einfach nicht. Keine GoPro drin. Zumindest ist es egal, ich habe mitgenommen. Vorherzeuge, einen Akku. Und jetzt versuche ich das einfach nur noch anzubauen und zu reparieren. Und ich bin bei einem Freund, und zwar Nandi. Und wie gesagt, jetzt versuchen wir das einmal alles zu starten zu bekommen. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan wie man, dass der Walder irgendwie so... Ah, okay. Ja, zumindest wir bauen das jetzt einmal auf. Also wir haben jetzt einmal da die Kabeltrommel nach draußen gelegt, dann auf diesen Tisch da, damit halt ja nichts passieren kann, wenn wir irgendwie sowas wie Feuerzeuge reingeben. Und dann hoffe ich einmal, dass alles perfekt funktioniert, und ich melde mich gleich wieder bis dann. Wir haben jetzt einmal alles zusammengesucht, und dabei haben wir ein A, diesen Akku, eine Achse-Dose, und alle Folien. Also Leute, jetzt kommt endlich der Spruch, den ich glaube ich schon zwei Monate lang sagen wollte. Ich bin Martin Ladig und das ist Let's Microwave-Fit. Oh je, das knistert schon. Aber ob es das jetzt war? Aber ob es das jetzt war? Es geht ab, es geht! Was ist das? Wie schaut es eigentlich aus? Ja, okay, ich mach's mal auf, oder? Ja, ich glaube es war so. Ich lass's noch ein bisschen. Wow! Wow! Fuck, 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 ich lass's nicht. Ich mach's jetzt wirklich aus, weil es darf schon alles komplett. Also Leute, das ist mit Aufstand das Klinigste, was ich jemals gemacht hab. Schaut euch das mal an! Schaut euch das mal an! Den Poteen, Alter! Wie gesagt, das war jetzt einmal das A und ich würd's sagen, jetzt starten wir mal mit... Warte, ich mach's jetzt mal so aus. Ja. Also jetzt ein kleines Stück Alu-Folie und... Ja, barre jetzt gleich so ran. Tja, erinnere mich. Ja, okay, warte, ich barre. Fuck, wieso geht's dir jetzt schon gleich? Wow! Was ist das, das Wesen? Ja, das enttäuscht mich jetzt, wieso passiert da nix? Schaut nochmal ran. Oh! Also das knistert. Es schaut ganz normal aus, aber im Endeffekt ist es trotzdem komplett im Arsch. Habt ihr's gut gesehen? Warte, ich mach's nochmal. Was? Jetzt gibt's... Ja, wurscht das, was ich hab' durch die Mikrowelle gehabt. Jetzt glühlt's! Wieso glühlt das? Es hat grad... Okay, die Alufohle ist grad geschmolzen. Es ist grad ohne Scheiß geschmolzen. Es ist einfach ein Loch. Es sind einfach Löcher drin. Jetzt kommt einmal das Feuerzeug. Ich will's jetzt noch nicht ganz zerstören. Jetzt kau' ich jetzt die anderen noch nicht ran, weil vielleicht mach' ich im nächsten Video, weiß' ich so, 100 Feuerzeige oder so. Ich geb's jetzt ran... Wow! Wieso beginnt das sofort? Aww! Vieso beginnt das sofort? Fuck! F**k! RIP- Microwelle! RIP- Microwelle! Warte! Warte, warte, ich muss irgendwie rausholen. Warte, film erst, komm her. Ich gebe dir, nimm das, nimm das. Es hat einfach zu brennen begonnen. Erst die Mikrowelle ist komplett destroyed. Es gibt sich das, es gibt sich das. Es ist einfach Kohlraumschwarz. Erst wir hauen jetzt einfach noch eins rein. Also Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Ich freue mich komplett. Fuck, 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 jetzt passiert das.